Der Le Asterie ist ein Saint-Emilion Grand Cru der Spitzenklasse. Er stammt von einer nur ca. 1 Hektar großen Einzellage, die sehr stark von Kalk geprägt ist und auf der die Reben bis zu 80 Jahre alt sind. Die Cuvée aus Merlot und Cabernet Franc reift den Baric und ist ein druckvolles, fleischig-samtiges Monster mit einer dichten Frucht. Der Wein hat eine zupackende Eleganz und einen fast endlos langen Nachhall. Bordeaux der Extraklasse, zum Schwelgen und Genießen.